Hallihallo. Ich bin es wieder. So Leute, willkommen hier zu einem kleinen Projekt. Das habe ich mal bei Steam ausgegraben. Und zwar, wir spielen Electrician Simulator First Jog. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich denke mal, ja, Electrician, das sagt ja schon alles, Elektriker. Ich denke mal, wir müssen da irgendwelche Dinge zusammenfummeln. Oder irgendwelche Haushaltsgeräte oder irgendwas reparieren, keine Ahnung. Ich gucke mal kurz wegen der Grafiknacht. Language, Englisch, ja, Language, ja, okay. Ist ein Prologue. Wahrscheinlich haben die noch keine Übersetzung mit reingeknallt. Also, Englisch geht auch, so, okay. Dann ist gut, Blumen brauche ich nicht, Synchron, okay, Tutorial, yes. Äh, Chromatic, Apparation, ah, okay, ja, verstehe. Field of View, Brightness, kann alles erstmal so bleiben, würde ich sagen. Audio, wandert hier mal ein bisschen leiser. Das Sound vielleicht doch ein kleines bisschen lauter. Da kommen wir mal auf 50. Okay, so, return, new game, so. Hi, son. Thank you for coming. I see you are ready to start your journey as a real electrician. Ooh, great. For now, I need help with... Ich kann das nicht so gut, ja, ich kann nicht so gut Englisch lesen, obwohl ich eine 2 in Englisch hatte. With some small talks, äh, tasks in your regular, äh, regular, äh, äh, egal, komm. Ich hab's drauf geschissen. Äh, äh, top of corner, you see a common, äh, okay, okay, ready. See a garbage, okay, ja, alles klar. Okay. Alles klar. Äh, äh, compass at the top, you can see a compass, äh, okay. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Das wird jetzt alles erklärt, wo was ist, alles klar. Ja, das, äh, ja, ne? Ich würd sagen, fangen wir mal... Oh, Alter. Boah, hohohoho, die Framerate ist ja mal richtig krass. Oh, Moment. Äh, mal kurz die Grafik vielleicht doch ein bisschen... Kann man dann irgendwie noch verfeinern? Field of View. Okay, da wird alles so ein bisschen verschwommen in einem Hintergrund. Hm. Alter, das Spiel hat aber Ansprüche, wa? Okay. Ich versuch mein Glück jetzt einfach. Hm. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Alter, die Maus, die ist auch irgendwie ein bisschen... ein bisschen zu empfindlich. Ich schraub da mal ein bisschen runter. So. Hm. So, ich guck mir mal kurz noch die... Beindings an. Jump, okay. Das ist ducken. Okay, W, A, S, D, das ist klar. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Interact. Okay. Open Inventory. Ja, okay. Okay, okay, okay. Hm. Ist auf jeden Fall ziemlich neu hier. Und, ähm... Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Oh. Oh, okay, ähm... Anscheinend kann ich hier die Sachen vertickern. Dafür kriege ich Kohle. Ah, dafür kriege ich Kohle. Geil. Okay, machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Damit ich hier verhäufig arbeiten kann. Kann ich hier nicht doch irgendwas vertickern? Bretter. Weg. 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 Ey, warte mal. Diese Garage kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht die Garage von Phasmophobia? Das ist die Garage von Phasmophobia. Guckt euch das mal an hier. Luglie Fluss. Ähm. Was haben wir denn noch so bekanntes hier? Äh, Paint Thinner. Ja, nee. Irgendwas bekanntes muss hier doch noch sein. Ja, hier, die Uhr. Ne, die Uhr ist auf jeden Fall bekannt. Äh, was haben wir denn sonst noch? Ach, guck mal, da hinten. Oh, Alter, hab ich ne Framerate. Boah. Die Frames, die gehen hier gerade flöten. So, äh, erstmal die Sachen aus dem Weg hier. So, weg damit. Erstmal zum Geld machen, den ganzen Scheiß. Hier, guck mal. Der Elektrokasten hier. Oder der Sicherungskasten, was auch immer. Auch alles von Phasmophobia. Okay, ähm. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich brauch Kohle. So. Erstmal ein bisschen Kohle machen. Kann ich die Reifen auch vertickern? Jawohl. Haha. Die kann man auch vertickern. Ansonsten noch irgendwas vertickern hier. Äh, die Schneeschaufel. Äh, was mit dir hier? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Will nicht. Okay. Mumulux. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ah. 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 Cleared. Great. Your garage is clean. Well, at least cleaner. Okay. Okay. My laptop. Job. Need a... You will need a password. Of course. Was? 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 Wofür brauch ich ein Passwort? New message. Ah, okay. Passwort? Was ist denn das Passwort? Äh. Soll ich jetzt das Passwort eingeben, oder wat? Okay. Moment. Machen wir mal ein kurzes Passwort. Enveiled? What? Why? Zu kurz, oder wat? Hm. Okay. Dann machen wir noch ein paar Zahlen da mit rein. So. Enveiled? Moment. And now do it... Ah. Guck mal. Ich dachte, ich müsste da eins eingeben. Okay. Okay. Äh. Someone needs to... Okay. Was ist denn das Passwort? Passwort on the back. Und wie kann ich das jetzt aufheben? Hä? Ich check das jetzt nicht. A note with a password. Wie? Hallo? Accept the job. Ja, wie denn? Ich komm doch nicht mal an den... In den Laptop rein. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Äh. Da steht Passwort on the back. Auf der Rückseite. Wie kann ich das jetzt... Ah. Gedrückt halt. Verstehe. Ah. Guck mal eine an. 1, 2, 3, 4. Äh. 1, 3, 4. Äh. 1, 3, 2, 4. So ist richtig. 1, 3, 2, 4. Okay. So. Inbox ist... Okay. Okay. Job this world. I can't find supplies. Need electrician jobs tools. Okay. Ich geh jetzt einfach... Ich mach das einfach mal weiter. So. Was haben wir denn hier? Darkness in the bathroom. Um. Um. Ja. No. What to turn the bad light. A bad room light. Okay. 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 Der hat ein Problem mit seiner Elektrik im Badezimmer. Okay. Okay. Ähm. Foto. Also es ist eine Bude. Okay. Okay. Ah. Guck mal. Das wird da wohl... Sehr wahrscheinlich der Schalter oder die Steckdosen dahinter sein. Okay. Okay. Akzeptieren wir einfach mal. Mhm. First job. Bad um Customers. Okay. Hallo. Akzept. Ich hab das doch akzeptiert. Hallo. Hä? Wie kann ich jetzt weitermachen? Hallo? Böööö. Bööö. 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 Sack ist... Ah. 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 Ein Schraubenzieher. Ja. Nimm wir doch mal mit, ne? Ein Schraubenzieher ist immer gut. So. Ähm. Tools. All tools. Lights. Achso. Ich kann anscheinend nur einen Schraubenzieher kaufen. Okay. Dann kaufen wir das nochmal, ne? So. Ähm. Wie komme ich jetzt zurück? Buy all. Hab ich doch gekauft. Ja. Hm. Okay. Jetzt will ich aber zurück. Accept. Check it. Hä? Wie komme ich jetzt da hin? Ich hab da jetzt ge... Hä? Ich hab doch... Äh. Ich hab doch jetzt gerade hier... Hä? Hä? Muss ich das jetzt checken? Wie kann ich jetzt den Job antreten? Mail. Accept. Ja, bitte. Mach doch. Hallo. Was ist denn das? Wie komme ich jetzt in den Job? Oh. Ich will den Job machen. Muss ich da jetzt raus, oder was? Ah, okay. Ich hab den Schraub... Äh. Ich hab zwei Schraubenzieher gekauft? Na gut. Zwei sind immer gut. Ah. Die Karre blinkt. Kann ich da irgendwas machen? Ah, okay. Verstehe. 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 Wir müssen zu dem Job hin. Okay. Okay. Your first mission. Here you go. Just an... Okay. Fusebox. Ja. Ist richtig. Also Fusebox sollte man immer ausmachen, bevor man an die Steckdose rumfuchtelt, ne? Das ist die Fusebox. Remember, every time you work with electricity, kill the paw first. Ja, okay. Verstehe. Also, okay. Ähm. So, das hätten wir. Was haben wir denn noch hier? Darkness in the bathroom. Fix the light switch. Check if the light switch is working. Wo ist das Badezimmer hier? Ist das hier? War closed. Oh, okay. Was ist das das? Ach so, okay. Hm. Die Lampen leuchten nicht, weil die... Door closed. Door closed. Door closed. Door. Ah, guck mal. Badezimmer. Mal hier. Erstmal... Oh, Alter. Boah, das Spiel, das ruckelt aber, ne? Hm. Ich weiß jetzt nicht, was hier im Arsch ist. Light switch. Jo. Entweder der hier oder der hier. Boah. 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 Ah. Der ist es. Muss ich gedrückt halten. Okay. And the different light switch parts, äh... Deck... Okay. Okay. Zoom in and out. Okay. Es wird da im Video gezeigt, wie ich das jetzt aufmache. Also, mit Elektrik habe ich ja so nichts am Hut, ne? Also... Ich hab... Ich hab vielleicht mal im Badezimmer bei mir... Oder im Wohnzimmer hier bei mir... Hab ich in der Lampe aufgegangen, ne? Aber... Sonst hab ich noch nie irgendwie ne Steckdose... Eingebaut oder ausgebaut, oder... Ne? Oder so n Lichtschalter oder sowas. Keine Ahnung. Ähm... After everything is connected... Incorrectly... Okay. Also. Erstmal Deckel ab, ne? Dann die Schräubchen. Dann das hier. Verkleidung. Dann der Schalter selbst. Ah, mit der Maus kann ich rein und raus zoomen. Okay. Verstehe. Haben wir hier. L1... L1... L3. Ich klicke den jetzt einfach mal an. Schräubchen. Ah, Moment. Da sind auch noch Schräubchen. Ich nehm die erstmal alle raus hier. So. Muss ich die hier unten auch rausnehmen, oder... Oder ist das scheißegal? Ach, da unten wird angezeigt. Da unten wird was angezeigt. Hier. Connect with... Light Switch Frame. Connect Wirepoint. Steck mal hier, ne? So. Ich nehm jetzt einfach mal... Kann ich denn irgendwie ziehen, ne? Okay. Ähm... Ich klicke jetzt hier wie... Was, warte. Ich nehm jetzt einfach mal alle raus. So. Rauf geschissen. So. Ich weiß jetzt nicht wohin mit dem Ding. Warte mal. Rechte Maustaste. Kann man da irgendwo machen? Okay. Da kann ich nur schwenken. Ähm... Hallo, Kabel? Ach, da unten soll der rein. Okay. Der soll... Der Rote soll hier unten rein. Aber wie krieg ich denn jetzt... Ah, okay. Verstehe. Und jetzt der Nächste. Der einmal. Der kommt hier oben rein. Warte mal. Wie war das jetzt nochmal? Hä? Wie hab ich das denn... Hm? Hallo? Ich will dich da oben rein ziehen. Hallo? Du gehst da oben rein! Geht das nicht? Da war es doch gerade. So. Okay. Das hätten wir. Okay. Jetzt wieder alle Sträubchen rein. Unten war Strom. Also Phase. Und hier ist dann wahrscheinlich eine Minuspole oder so. Keine Ahnung. Ich kenn mich mit der Elektrik nicht aus. Ähm... Verurteilt mich bitte nicht! Okay. Ähm... Wat nu? Wieder rein, ne? So. Dat drauf. Schräubchen. Und der Schalter selbst. Ich denke mal... Der Job ist jetzt erstmal erledigt. Äh... Was soll ich jetzt machen? Check if the light... Okay. Äh... Wie komm ich jetzt hier raus? Ah, okay. Stehe. Okay. Dann, ähm... Fusebox. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da. Fusebox. Dann machen wir den Switch wieder hoch. Go back to the office. Ah, okay. Hm. Ah, okay. Der war schon an. Okay. Ähm... Klick, 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 klick. So. Okay. Back to the office. Äh... Wo ist denn... Ja. Door. Yes. Back to the office. Darkness in the bathroom. Okay, Leute. Ähm... Das war jetzt erstmal der erste Job. Schätze ich mal. Hm. Ich glaub den nächsten... Falls da noch einer sein sollte... Werden wir in der nächsten Folge machen. Heute mach ich mal ein bisschen... Heute trete ich mal ein bisschen kürzer. So. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schau mal eben noch... New... Was? Sun Founder. Old Console. Was? Ah, okay. Ein... Controller soll ich reparieren. Okay, okay. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. So. Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schau mich nochmal kurz um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, ich weiß. Ich wiederhole mich. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In der nächsten Folge. Elektrischen... Simulator. später. Und... Ich sage dann, reingehauen und... Ciao. Not Up At All! Vielen Dank.